Wir haben jetzt vier Wochen, um die neuen Auflagen zu erfüllen, ansonsten wird die GGS zum Ende des Jahres geschlossen. Haben wir damit Zeitenurlaub? Das Beste kommt erst noch. Ein Leistungstest für die gesamte Elf. Hä? Ach, auf einmal ist das gar nicht mehr sicher, oder was? Und Sie haben uns das versprochen. Wir müssen auch gar nicht mehr kommen, wenn ihr alles wie eine Arsche ist. Wenn wir zusammen ein bisschen Gas geben und ihr für diesen scheiß Leistungstest lernt, dann verliere ich nicht meinen Job und die GGS wird nicht eingestampft. Seid ihr dabei? Ja! So viele Buchstaben. Fuck You Goethe 3. Jetzt in ihrer A1-Videothek.